bei 100 ist schon mal was hast du Jugga? Jägel? Ja, oh, Browning. Oh, fuck, nicht bekomm' Aber du hast hast gesehen wie ich geflogen bin Nee, hab ich's nicht gesehen, du hast noch recht von mir Oh, ich hab' die Browning, Alter Ja, ich war da irgendwie... Springer so aus auf einem Gezock Wo bist du genau? Ich bin gerade ein Fudderer hier Ach so, ich komm' jetzt auch, Sub-Browning Ich komm' über den Steinweg Ich traine jetzt vorne wieder neu an Ich bleib hier nicht dran Ich bleib hier drin stehen mal Oh, nein, hast du ein Browning bekommen Fuck Nein Geh weg, geh raus da Die kommen über den Steinweg Warte, warte, warte Warte, warte Warte, bis sie wirklich erst rauskommen beim Steinweg Ach, Mann Mann Anlaufanrichtung Ich glaub' es ist voll leichter Äh, kommen nicht mehr so viele, zwei, drei Jetzt kommt, drei kommen hinten lang Vier kommen hinten lang Vier kommen hinten lang Fünfe Jetzt vom Steinweg kommt noch einer Oh, da kommen viele, ey, mach kein Schnelles, mach kein Schnelles, mach kein Schnelles Boah, ich leuchte, ich leuchte, ich leuchte Konzentriertig Wir sind grad voll gut Nein! Was, ein Schlag? Alter, nein! Ey, so, jana Der hat so drei, vier Strecke im Blick und verläuft noch paar Sekunden Kriegt da einen Schlag von Zombie, der war down Ey, was Nee, oder? Scheiße! Was für ein Fail, was Hätt nur ein Schlag bekommen, ich hab's gesehen, hätt nur einen einzigen Schlag bekommen, gell? So, diesen Mal müssen wir das letzte jetzt noch hier machen Haben wir zur letzten schon geschafft, aber sind dann gleich verreckt Unreal verreckt Zumindest Patty Ja, Mann Du brauchst nicht so viel drauf, zu sprayen, Martin Ja Der will halt die Knochensäge ausprobieren Na, komm Bring euch mal ein paar mit, ne Also, geschenkt vom Kleinweg Ja, du musst auch hier weitermachen Du hast MG 42, da kannst du schon rein Ich hab auch Knochensäge Auch Ja, warte, jetzt Ich fand die Hitler-Säge viel cooler der Name Oh, ist es voll? Ne Nein Ist einfach so gestorben Nein Ist einfach so gestorben Nein, ist einfach so gestorben Nein Ist einfach so gestorben Oh, ich bin auf mein Schöpfchen an Boah, ich bin komplett komplett sehr wieder Was, der stirbt nicht Was, der stirbt nicht Ach, der geht euch hinter euch Ist, ne, immer noch Ich bin jetzt bei vorne gekült oder was? Ey, hier sind voll viele, mach die mal bitte Owen, ich hab' ich ja's nur noch mal Ja, wir brauchen die V-Day, ganz schön, oder Ja eigentlich schon Und gerade zuvor Der letzte, ich weiß nicht Oh, Mann, ich hab' noch mal Ja, das kommt gelang Reich Affenwerfen, Ne, ohne Doch, mach, 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 mach Mach, 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 mach Ich hab'ich, ich hab' vorbeigekommen, anmex, aber ohne es zu nehmen Ja, kein Ne, aber Ja, war mal Ja, ich bleib' einfach stehen so was ist schon die Achtung die Kommen die Bitter der Welt ist was ist was ist was ja warte ich mach nein ein Jahr kommt nicht über diese Scheißsteinbrücke ja wie viele Bauern der Lerung ja versucht auch an zu gehen ja die Kammerer entgegen da war noch keiner als manche abgeworfen kannst zu bus und die Leute zu mir noch ein Ja jetzt stirbt alle, erstmal bitte einen übrig oder? So, leuchtet irgendwas hier oder so? Punchen! Habt ihr das ausgemacht das Ding? Oh! Die leuchten vier, leil, 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 Die ist mir! Geil! Habt ihr die Wunderwaffe bekommen oder was? Ich hab die Wunderwaffe genommen. Ah, die! Wo war die, wo war die? Sag mal, ey! Die ist hier mit rum, die war hier mit einem rumschwirren. Warte mach mal Crawler raus, oder ich mach Werfgranate, ich werf Granate. Kann ich die Mark II haben? Ja, es gab vier, es gab vier Power-Ups, drei Mark IIs und eine, ich hab hier die Wunderwaffe, Blast X-33. Alter, wie geil die aussieht. Nur einmal gibt es Scheiße, Alter, ich hab viermal. Von die, 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 die Gapfen schon ein bisschen. Also wir haben das E-Sec gepackt, wie es aussieht. Äh... Geh mal weg, geiler, ja. Das geht ja bestimmt noch weiter, oder? Ja, sollen wir mal punchen, sollen wir mal zu punchen-Dings gehen? Ja, mal guck mal, wie viel Kohle ich hab. Wie schießen die hier? Ja, ich hab, ich muss aber, ich will punchen. Äh? Sieht ja aus wie Mag II, Alter. Das war's? Ja, mir auch. Einfach nur ein Schuss? Nein. Nein, nein, warte mal, punch die mal, punch die dann. Komm, wir gehen erstmal alle punchen. Warte, warum? Nächste Runde, weil ich wollte erstmal Speedcaller holen und... Ja, warte, warte. Kann ich erstmal den normalen Effekt austesten von der Waffe? Ja, warte, ich hol grad Quick-Revive. Ich hol mir noch schnell Speedcaller. Die Waffe sieht schon mal cool aus. Hm. Hm. Hält da ein bisschen wie in der Shotgun. Wow, Speedi. Double-Tap bringt mir jetzt nicht wirklich viel, jetzt kann ich da schon mal lassen. Also eher nächste Runde, ne? Jop. Warte mal, wo war Double-Tap? Ah, Double-Tap war auf der anderen Seite. Ja, das war oben. Ja, warte schon mit noch Quick-Revive. Kann ich für Gott sein Zigaretten machen. Ich glaube, ich hol mir da noch die Schaufel und guck mal, ob mal... Oder ne, jetzt könnt ihr ja erstmal testen, ob man die punchen kann. Wollt ihr sowieso einer von euch machen, oder? Ja, ich hab dich abgegeben gegen die Dings, äh, Raygun Mark II. Achso. Weil ich wollte nicht gegen die Mauser, weil man... Ja, wobei, ich hab die eigentlich gestern schon gepuncht, oder? Das hier ist auch ein bisschen offensichtlich, finde ich. Als ob man hier noch was reinstecken kann. Hm. Hat jemand noch ne Schaufeln, Nege? Nää. Also, wie fett die Raygun aussieht. Könnte man noch die... noch die Mauser noch so bekommen, irgendwo, dann... Würde ich's gerne ausprobieren, aber weiß ich nicht. Die ist voll stark. Ne, glaub ich auch nicht. Also, bei Origins ging's ja, wenn man auskriegt, kriegt man die auch. Ja. Aber wie geht's ja nicht. Obwohl ich mir Schaufel hast, kannst du nicht graben. Ne, das geht nicht. Ja, jetzt... Dachte ich irgendwie auch. Äh, ich bin übisch kank. Äh, ich bin übisch kank. Äh, ich bin übisch kank. Boah, Martin, man, dein Ping 548, 400. Ja, ich weiß. Läuft bei dir. Jetzt geht's wieder. Mal weitermachen? Ja. Also, war's punchen oder killen oder was? Ja, nö, ist runter. Ich bleib hier bei Jugger train ich ein bisschen. Nö, ich wollte aber auch hier. Oh! Was soll der denn? Äh! Wie bei Call of the Dead? Was denn, was denn, was denn? Mensch! Ich hab abgeschossen mit der Wunderwaffe und der ist so durch die Steinplatte gegangen. Wie jetzt, hä? Also doch was bedeutet. Ja, so, der, 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 der sah dann so aus, wie... Als ob er jetzt in die Quelle läuft. Also doch... Ist das noch mal hier was killen oder was? Also doch irgendwas zu bedeuten, wa? Äh, vor allem, es war ein Crawler, steht auf und läuft... Warte, lass mich mal hier oben train... oder train mal und... Schick die dann mal hier oben in die Mitte. Ey, warte mal, bei Backyard Punch war doch auch so ne Platte, gell? Ja. Ja. Vielleicht müssen wir irgendwas mit den Platten noch machen. Ja, ich versuch... Vielleicht ist das auch wieder so füllen hier, Serienfüllen. Äh, ich lauf grad noch runter zu dem hier. Tö, die mags weiß nicht mal. Mal gucken, ob ich jetzt nur einen damit infiziere, sag ich mal, oder alle? Ey, was machst du? Oh nein! Jetzt sind wir zu zweit hier! Leu, leu! Das ist wie ne Wunderwaffe, das ausschaut man! Voll nice! Ja, das legt die noch hoch. Das verfolgt die! Ja, das verfolgt sie! Dort statt nach! Ja, ich springe hoch! Ey, das ist voll! Lass mal einfach! Ey, denkst du, man muss hier noch irgendwas mit den Platten machen? Ja, komm noch von unten! Ja, weiß nicht, ob man die aufhüllen müssen, wie eben die kleinen... Aber... Aber wie sollen wir wissen, dass die voll sind? Du hast auch irgendwie kein Licht, oder? Ja, vielleicht sieht man dann, dass wir nicht mit reinlaufen, oder... Alter! Alter! Mann! Das geht nicht, wenn wir alle trainen! Ja, wir müssen auch nicht alle gleichzeitig hochkommen! Die sind die ganze Zeit schon hier! Ich bin grad nur durchgerannt! Ich bin grad... Hey man, das ist doch Scheiße! Ich komm in, ich komm in... Komm runter! Komm runter! Ganz ruhig! Nein, das regst du auf. Ja, ich weiß, ich kenne das. Ich habe doch mal diese Momente, aber da muss ich einfach nur runter. Ah, okay, damit ich mich auch aufreißen. Ein Zombie. Der hat mich so festgehalten. Ich bin ganz normal weggelaufen, Mann. Ja, Wittchen. Boah, wie das aufregt. Ich weiß nicht. Ne, lass es mal dann oben gucken, vielleicht, dass oben irgendwas verändert worden oder so. Wow. Wie heißt die eigentlich? Äh, warte. Irgendwas hat Wunderwaffe? Warte, mach was Crawler. Und es ist natürlich kein Crawler. Wunderwaffe Blast X-33. Okay. Wutz, oder? Ah. Egal, das ist einfach mal so hochfahren. Ja, warte. Kommt nochmal alles zu planen. Ich gebe aus. Das ist ja, Dicke. Ich habe gut Kohle gemacht, gell. Ja. Wunderwaffe, dieses ist geil, wie sie noch so Element 1.5 hier so verliert. So abdampft. Wie ladet die eigentlich nass, so wie die Schrottpflinze? Ähm. Also die klappt eben so auf, gell? Ja, wie so eine Double Paralled Shotgun, ja. Ja, meine ich hatte, die klappt so auf und tustet die so rein. Nice. Wir warten auf dich. Na, sag zum Bescheid, oder? Ich bin da. Let's go. Juhu. Erst mal zwei Paffenpunschen. Da steht was. Da steht was. Da steht was. Steht da was. Hier ist eine Kiste zum Opfeln. Eine Box. Wie? Ja, das ist mit Seelen auffüllen. Ja. Okay, wir müssen hier noch was machen. Das war's nicht, wie es aussah. Alter, wenn ich jetzt noch einmal sterbe, hab ich verkackt. So, geht's auch. Pass auf, Zombie. Boah. Ich sage, ob mit Wunderwaffe killen, oder mit normalen Waffen. Alter, geh weg, geh weg! Das ist hier wieder was killen, oder? Ja, ja. Das wird schwierig, ne? Ah, nee, komm. Von wo kommen die alles? Von überall, ne? Von unten und von rechts oben. Lass mich schnell durch, meine geputschte Waffe. Ja, wir probieren das mal ohne, mit normalen Waffen zu killen. Und dann mit, na gut, dann sehen wir ja, ob sie auch mit normalen, ob sie überhaupt sammeln müssen. Die zwei gucken nach unten am besten so. Ja, die zwei gucken nach unten. Ey, ich kille mal, okay? Ja, mach doch. Ja. Hä? Direkt schon. Ja, ja. Juhu. Ich weiß, wie's ausschaut. Das ist wie bei Minecraft. ZM Minecraft. War das auch so. Oder bei Crystal Lake. Ja, aber zwei müssen rechts oben auffassen, ne? Ja. Ich guck nach rechts hier oben. Ja, zwei hier. Nein, nein, die konnten nur von unten. Es ist einfach immer... Bleib hier oben, bleib hier oben einfach. Ich war doch nicht unten bei der Treppe. Ja, einer muss nach rechts oben. Ja, okay, aber die, äh... Wenn du die hier oben killst, bringt das nichts, ja? Ja, die sollen ja einfach nur aufpassen, da. Hier unten werden schon genug spawnen. Ja. Oh, oben spawnen gut welche. Wir können ja gucken, was für eine Entfernung das zählt noch. Ich guck hier, bei Pepe, 80 drauf und ihr macht da unten. Okay, das auch schon. Respekt. Oh, bockst du grad richtig, man. Oh, nee, für die MP4, die brauche ich Double Terra. Einmal nach Plan. Ich kann mal eine Wunder machen, wenn ich einen Zombie treffe. Ich hab mich nicht getroffen. Den auch nicht. Weißt du, die Zombies nicht? Oder ich killse einfach wieder. Also, wenn ich die hier ganz nah unten kille, kommt, ihr geht das auch noch mit rein, bei euch. Ich bin dampf, nämlich. Ich hab noch genug Munition. Nein, ich hab noch genug Munition. Einer will ja auch mal sterben. Achtung von hinten. Wow. Nein, der Leiter. Es war hier keine Power-Ups. Stimmt, keine Power-Ups. What the fuck, ich seh's. What the fuck? Ich hab's verwandelt. What? Wie geil das aussieht, man. Lila. Nein. Gehen die Seelen auch rein? Ja, die gehen dann auch nochmal schon in den Seelen hin. Ja, ich hab nur noch die Mag-2, ne? Was immer wollen wir vorne? Ja, mit Mag-2, wenn du die weiter hier unten killst, kommen die trotzdem in die Seelen da rein. Ja, ich bin nur weiter runterlassen. Ja, warte, ich brauch' unbedingt Munition. Ich kann hier einen P4 kaufen, also so ist es ja nicht. Aber ich will meine Wünsche halten. Ich brauche noch ein paar Punkte, kannst mir die Knochen-Säge punchenieren. Ja, meine Knochen-Säge punchen, ist leer. Ja, der meint auch leer, aber noch nicht gepackt. Ja, ich brauche Munition unbedingt. So viel Schuss hat die Gäste. Das ist scheiße, immer mit der Regan zu schießen. Ja, warum ist doch voll Geist, warum ist das voll gut? Ja, 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 aber... So, ich hab' die noch nicht gepackt, ich bin gleich komplett leer. Ich will die M-G nicht weggeben. Ey, wann ist das voll, man? Dude, what the fuck? Wow, what the fuck? Geh weg! Alter, du, alter, du bist mir grad so erschreckt, man. Du weißt, ich bin grad grad so erschreckt, man. Das ist auch schon? Ach, das ist halt der Freak. Der wechselte. Der wechselte. Der wechselte. Der wechselte. Und bin noch. Ich hab auch gut draufgeballertet, ey. Alter. Und was hat der jetzt gegeben, ey? Nickel. Keine Ahnung, müssen mal wieder runtergehen, mal gucken, was dort abgeht. Boah, ich hab doch schon statt erschreckt. Keine Muni mehr, Alter. Fuck, Alter. Ist hier was? YOLO. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich brauche Munition. Holy fuck. Ich hab nur noch 4 Schuss in der Raygun, ey. Was soll ich machen? Äh, punchen. Ja, hab ich ja schon, die Slayer. Ja, okay, dann, keine Ahnung. Ja, Munition, Muni, Muni. Oh, nimm, nimm, nimm. Warte, ich werf Affen. Ich hab Affen gebrochen. Ja, schlagt mich noch 10 Mal, okay, ich nehm. Jawoll. Wo immer jetzt? So, haben wir da jetzt gemacht, ne? Also, am Spawn, ja gut, ich hab jetzt nicht echt in alle Ecken geguckt. Müssen wir mal einen Crawler gucken. Ah, hier ist ein Crawler, hier ist ein Crawler, ne? Alle, ist ja schon alle weg? Ja. Ja, ja. Ich bin immer noch hier. Also, ich hab manchmal gefrucht. Aber, niemand ist da unten. Ja, ich, ja, ich hab. Cool, cool. Die ist gleich wie für Plänehmisch. Ich komme grad hoch. Oh, was war das, Alter? Ja, oh, mal zweimal paar. Und, ich gehe hier auch mal, so eine Mitte. mit der Wunderwaffe hier vielleicht muss man das auch noch machen wo 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 was den Drohensuchten für den Suchen von der Rollstie gibt na lass doch erst mal die Runde beenden wenn du erst mal den Vorlaubern nehmen lassen na ist der denn hier unten oder ist er oben der ist hier der ist auf der aus diesem fetten Weg der kommt grad nach oben zu hier fertig wollen wir hierbleiben ja ne natürlich oder schon wenn wir uns alles baut aber wie ich mich erschrocken hab grad Alter ich erst boah schlug mal auf dem Weg der Wichser man